Guck mal, hier hinten das Auto hier ist. Ja, da ruf jetzt an den Punkt. Ja, ich bin gar nicht so, dass es an den Punkt ist, oder? Hier fahre ich jetzt mit der Anführung. Kannst du das oben nicht sehen? Ja. Okay, komm, komm. Ja, ich komme mit der Punkt. Ja, ich komme mit dem Punkt. Ja, ich komme mit dem Punkt. Oh Gott! Geh die Lichter denn an. Geh doch mal Licht an. Oh, geil! Oh, geil! Oh, geil, Alter! Ich kann mich auf so machen. Sehr schön! Ich kann nicht ohne Licht hier fahren. Wofür ist das? Das ist da oben, dieses Drehteil. Wofür ist das? Ja, zeigt da oben an, wo ich hinfahre. Aber das Hagen fahren wir jetzt. Ach so! Steht vorne dann lang, ne? Ja, es dreht sich dann an. Ja. Ding, ding! Oder wie viel ich wollte, wo ich noch viel fahren bin? Ja, ja. Oh! Oh! Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Auch nicht genau. Ja. Ja, ich bin jetzt immer wieder auf. Ja, das ist jetzt immer auf. Ja, das ist immer so ein eigenes Kumpel. Abwechslung